Wir sind das neue deutschsprachige, österreichischsprachige Team. Sorry, du hast natürlich recht, das neue österreichische Kommentatoren-Team. Mein Name ist Viking Warrior und neben mir sitzt Chuck Durif. Can you feel the energy? Can you feel the electricity? Can you feel the excitement? The buzz in this arena is absolutely nuclear. We are going to see some incredible action, some scores to be settled, and some people getting beat up real bad. Here we go, and we're kicking things off with a bang. Willkommen beim zweiten Match. Ladies and Gentlemen, Damen und Herren, nun kommt Rebekke Mayer. Könnte sie die erste Vita Mini-Womens All-Star-Championist werden? Ja, das ist hier die Frage. Aber bei den ersten zwei Arzt hat sie ja nicht sicher. Ja, aber sie hat sich immer weiter verbessert, aus meiner Ansicht. Sind sie denn in den ersten Arzt hat sie nur 7 Punkte bekommen, aber draußen die zweiteschlechterste? Vielleicht hast du recht, du stehst ja auf jugendliche Energie. Vielleicht zieht sie über die Erfahrung. Ja. Nun kommt Fundergirl. Fundergirl. Fundergirl von Funderjack. Fundergirl. Fundergirl. Echter Scherz, ich wette. Jetzt für ihre Chancen ein. Die Punkte, wenn zwei Arzt Mitglieder erfolge ziehen, habe ich glaube, eher weniger. Ich habe einen selbstbewussten Arzt. Der beklopiert den Kult in Funderjack. Weibliche Kopien von männlichen Helden sind also nicht nur in Hollywood. Und von Charlotte, North Carolina, die ist meine Favoritin. Der weißen Erfahrung. Ja. Außerdem hatte sie schon einen männlichen Titel. Das kann so schnell keine Frau von sich behaupten. Allerdings muss ich sagen, der Subvention ist schon eine Zeit lang aus dem Geschäft raus, ob es nicht etwas Schreckenroß angesetzt hat, das werden wir in diesem Match schon sehen. Eike, Eike. Du sollst nicht immer über ältere Damen im besten Alter schießen. Ich glaube, ich glaube einfach, dass eine Rebecca Mayers, die von einem Ultimate Showern trainiert wurde, doch bessere Chancen hat. Denn er ist doch einer der besten Trainer. Nicht umsonst hat er seine eigene Liga gegründet, die BWE. Über diese Fanboy. Und die ist einfach nicht genug Erfolge. Aber aus meiner Sicht einfach kommen nicht genug Erfolge. Aber aus meiner Sicht einfach auch nicht genug Erfolge. die ihr Vergangenheit essen konntet die nur immer von anderen Menschen überstattet kann sie aus diesem Schatten vielleicht hier ausgelten ich glaube nicht, aber ich wünsche ihr alles Gute für ihre Zukunft Die breiten Schultern sind auf jeden Fall Respekteinflüsse Er zieht sich durch und wird schauen um bei Ohio der Westling getraniert wo Brock Lesnar trainiert hat und dass er sie auf jeden Fall nicht unterschätzen die schreitet ganz langsam hinein in den Ring Wer sich jetzt nicht gewusst hat dafür wird ein heißer Kampf also der Meinung bin ich auch eigentlich sind wir uns mal einig ja und hier eine Frau die auch von Ultimation trainiert wurde Susan Sittner die durchaus auch sehr einige Erfolge erzielen konnte ein Magnet für Berufe aus dem Punkt die sie scheinbar nicht schwächer machen sondern nur zusätzlich anfeuern Guys, what better way to start the night off than with this one I can't think of a better match to kick the night off Michael in fact we haven't even gotten started yet and I can assure you that this will be a tough match tomorrow oh man sieht hier schon ihre athletischen Stärken hm ich glaube wenn du das machst Mikey kannst du eine Woche nicht sitzen das kann gut sein aber ich trainiere wohl dann wieder härter na na aber ich will dich ehrlich gesagt nicht sehen während du einen Spakaten machst na ok dann sind wir auch mit einer Meinung hier sehen wir ihn hier sehen wir ihn hier sehen wir ihn der neue BWE Women's All Star Championship ein hübsches Teil und einer dieser 5 Frauen kann ihn heute gewinnen das ist er der BWE Women's All Star der BWE Women's All Star ich bin jetzt hier raus zu Beginn Exploserdrick von der Sittner oh nein aber Rebecca kann sich befreien jawohl weiter so Rebecca Das war's für heute, wenn ich mich in meinem Haus habe. Ich finde, man sieht die Unerfahrenheit von Amber, die vorher ansprachen hat. Die rutscht noch etwas über, aber ich denke, dass sie in einem Jahr deutlich mehr erfahren ist, dass sie durchaus ihr Potenzial steigern kann. Sie sind einfach draußen und rufen sich unten gerne. Bei der Wucht, mit der ihr jedes Suchladen würd ich sagen, sie darf sie verholen. Jetzt vier, NLK und Susan Wittner. Ich denke, es ist doch nicht so. Nein. Was denkst du an? Gibt eine, die hier eine Taktik, wen sie als erstes besendigen muss? Weiß nicht. Auch natürlich fällt hier mein Aufmerksamkeit zu. Obwohl gleich zu sein... Oh! Ja, aber dafür ist das jetzt keine dieser Formen. Da hast du schon recht. Jetzt kommt die Klingua und das Geld ist schon klein für ein Sondergirl. Auf der Richtigste stellt sich ihr Beschieft mit an. Ich hatte wohl einen Bandschein gehalten. Ich glaube, die Klingua sind doch nicht jedenfalls ganz drinnen. Oder er ist nicht super dich? Hör dem? Er ist super Klingg am R profund. Aber es wird nicht weitergehen. Ja. Du musst, du hast ihn ausgeladen. Ja. Ja. die nun sie ist die 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 ein von der will jetzt der Uro Nagi noch eine Lusen Zittner 3 lassen sie ist weg sie ist weg Und am wenigsten Zeit. Ja, jetzt die Rebeckenmeyer räumt im Ring auf. Oh, Kick! Oh! Und hier deine... Oh, schönes Bier, muss ich zugeben. Ich sag doch heute Rebeckenmeyer, das darf man nicht unterschätzen. Jetzt kommt das! Oh, sie darf sich wieder? Ja. Ah, nichts. Nur eine kurze Pause. Der ist unglaublich stark. Oh, so wie sitzt der Setz hier zu? Der Mokar sitzt deiner... ...dessen zu. Das kann sie wegstecken. Das ist der Film! Irgendwie haben wir... Ah, Rebecca kommt noch mal raus. Aber es war schon etwas da. Jetzt der Jumping DVD! Die! Yes! Und ein bisschen zu bangen, die ich ihn ausgeteilt habe. Ja... Oh, ist der Hemerloch DVD? Von deiner... Von deiner Pester? Da ist ich Rebecca nicht sicher. Soll ich mich einwischen? Ja... Ja... Ich denke... Ich denke... Sie will hier die KFX als erstes eliminieren. Ganz groß! Alle drei am Boden! Ja... Macht dich das toll, Mikey! Natürlich! Jetzt der Bin! Ja... Das könnte sein... Vier! Das ist ein Zünder! Ja... Das mit dem Ziel, das muss Rebecca noch ein wenig üben. Ja... Das ist halt einfach was, was man mit Erfahrung... Man muss auch sagen... Man muss auch sagen... ... dass Wurflationen... Wir gehen dann zu Brot des Kick. Also ich muss sie auch verteidigen. Siehe das Potential alles. Super Kick! Das könnte sein für eine MbK! Und drei! Das war es! Nur drei Frauen im Link! Der Besten! Ja... Die drei Frauen konnten auf jeden Fall schon einige Folge kriegen... Weil hier... Leider wirklich ein Wurf aus meinem Begad... Dafür hat sie die Jugendliche... Gut! Und muss sich noch etwas beweisen! Jetzt hier der Dropkick! Aber sie muss aufpassen! Gegen zwei zu starken Frauen! Oh! Gibt es hier eine Allianz? Gegen Griffwecker! Sie versucht Distanz... ... bis in die zwei Damen zu legen! Stamm da verkauft! Wenn ich's verengenomme! Ich của VP1 주고 societiescómo... ... bis in die dreiunden trade! Zuタق! Ja, deshalb roman ist ein Z ή Bands sindgia! Keine Anlarmeassung! Es hat die Appanschläge des Wurומרt! Spür das Ding! Diese Müdigkeit sieht man schon bei allen drei Damen. Ja, ist der Schubslam gegen eine Tessa-Fanship? Das könnte es sein für keine Tessa. Oh, meine Tessa ist Hass! Der Glück! Nein, der Susan Zittner verpasst! Eine Luft weg, aber eins vier! Das werden für die Becker gewesen sein! Zwei! Boah! Das war schon 2,9! Ah, Becker, das kann sie hier nicht ausruhen! Sie wollen das zu Ende. Schau, sie könnte es geschafft werden! Oh, was ein Impact! Oh, ho, 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 ho! Das hat es im Blick, die Scherz sind nicht ganz gut. Oh, ich gehe zum Top, hohe Risiko! Oh, man, sie ist jetzt rollen! Jetzt geht außerhalb des Ringens weiter. Da fühlen sie sich fast ohne, diese drei Damen. Ja, jetzt fühlt sich auch ein frohes Count Anywhere. Wieder der Spielversuch. Aber Becker kommt noch mal raus. Oh, ho, ho, ho! Nailed it! Not today! Das heißt, die Scherz sind sie auf und能 reagieren! Wenn sie in Attack Mode get gunst! Oh, sie ist in Attack Mode, sich mein Scherz nicht anziehen! Wir müssen halt so ein... Wir schauen, die Scherz nicht interessant! Oh, ihr wisst! Jälians. Oh, 6 Jälians, estoułych. Oh, wie viele Schmerzen die jetzt? Wir haben einen Satz, den wir auf. Er hat die Schmerzen einen Sieg vom. Das hat ein Glück gehabt. Jetzt wird's Bier. Das muss es doch gewesen sein. Das ist jetzt gut. Wow. Jetzt kann ich lang zu weiter gehen. Hey, also die waghartigsten Aktionen sind eindeutig. Da muss ich hier zustimmen. Die Welt ist unbedingt superkick gegen Sintner. Die Kinder alle voll getroffen. Wir sind was nochmal in der Wiederholung. Quatsch. Und ja beim Zuschauen weh. Das war also für den Susten Sintner. Und tschüss. Und unsere Ladies sind die Letzten. Wie wenn wir es gewusst hätten. Ja. Jetzt das Bier, das muss es doch sein. Rein, steh auf. Sie hat es jetzt. 2. 3. 3. Schade. Aber spannend bis zum Ende. Ja. Dann muss ich dir durchgehen. Ich hab auf meiner Sicht hier einfach gezeigt, was sie drauf hat. Und vor allem, dass sie diesen Titel einfach am meisten wollte. Ja. 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 Das war's. Das war's für uns. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.